Hier sehen Sie die Taverne. Was dann auch als à la carte praktisch dann auch abends und mit was genutzt tut. Ist das bei All Inclusive dann mal mit dabei oder wie ist das dann? Ähm, da weiß ich jetzt nicht wie das die Hand hat. Ich glaube als à la carte ist dann auch, dass du das wahrscheinlich dann einmal drin hast und dann sonst extra. Aber das weiß ich nicht wie das jemand.